Und meine lieben Zuschauer, hier die Fortsetzung von Let's Play Mega Man 2 für heute. Wir sind nochmal beim Bossgegner angekommen und diesmal wähle ich vielleicht gleich das aus, was ich brauche, nämlich zwei. Nämlich diese, wie nennt man die nochmal? Fliegende Plattformen, die haben dann Propeller. Nein, das war das Falsche. Es war eins. So. Um wen kümmere ich mich um zuerst? Den hier. Weil ich da auf jeden Fall ne Bombe brauche. Jo. Okay. Okay, jetzt den E-Tank. Dann geht die Strategie total auf. Okay. Mach keinen Fehler, Christian. Da brauchst du drei. Gut. Kommst du da mit zwei hin? Oder mit eins? Hm. Wie hoch kommst du? Na? Komm schon. Ich versuche da ganz hoch zu kommen. Nur mit dem hier. Komm schon. Nein. Nein. Bitte. Nein. Nein. Was? Nee. Nö. Nö. Nein. Was? Wie? Was? Nein. Was? 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 Nö. Nö. Das ist wohl total bescheuert. Total bescheuert ist das. Also mir fällt da jetzt wirklich nichts ein, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach nur bescheiden. Das ist nicht zu fassend. Nicht zu fassend. Ich fange von da oben wieder an. Ich verbrauche da alles, was ich benötige, um da weiterzukommen. Und dann sowas. Das ist einfach nur unglaublich bescheiden. Obwohl, bei den Terminatoren könnte ich die Sachen nachbrauchen. Da könnte ich farmen. Also, Christian, es gibt noch einen Hoffnungsschimmer. Ja, toll. Gut. Hier. Gut. Achtung. So. Gleich wäre der Pflanzenschnitt sowieso ausgewiesen. Und hier komme ich ja so vorbei. Ich habe noch zwei, oder? Ich habe noch zwei. Ja, ja, ja. Nimm zwei mit wieder Mehl und Fruchtsaft. Oh, oh, Schleichwerbung. Böse ist das. So. Jupp. Also. Dann tun wir mal ein bisschen Farmen. Mit unseren lieben Terminatoren. Nein, du lässt nichts fallen. Du bist gemein. Du lässt auch nichts fallen? Bitte also. Ihr werdet ja wohl was halten lassen. Energie? Aber ich bräuchte lieber Munition. Oh, 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 oh. Das ist gut. Erstmal die Crash-Bombs, weil die sind wirklich wichtig. Dass ich die aufgebaut habe. Aufgefüllt. Ja, 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 ja. Das ist meinser. Hä? Ich kann mir manchmal durch mal... Wo? Wo ist es? Wo? Ja, bitte. Leck mich fett. Haben die mich hier beschissen? Oh, 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 oh. Schnell. Dann kann ich die Energie mir holen. Ja. So, Beeilung. Gut. Jetzt brauche ich nur noch das Zweifel. Ah, nein. Hier kommt der Terminator. Gut. Jetzt von... Jetzt habe ich es doch aus Versehen aufgenommen. Naja. Okay, gut. Ja. Nein, nein. Es war... Eins brauche ich. Wann kommt der? Jetzt sind die beide da. Oh, Mann. Ich verliere gerade langsam den Überblick. So. Ja, gut, gut, gut. Ich weiß, das geht jetzt von meiner Zeit her ab. Oh, ja, das ist ganz falsch. Jetzt brauche ich nur noch Energie zurück. Na. Ich müsste mich beeilen, um das jetzt hinzukriegen. Entschuldigung, Leute, aber ich brauche wirklich hier Safe Stats. Das ist einfach nur... Kacke. Das Ganze hier. Ich muss mich jetzt beeilen. So. So. Beeil dich. So. Okay. Wenn ich mich beeile, kriege ich es hin. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche verdammt noch mal mehr Zeit. Wenn ich jetzt wieder leise werde, dann schuldig wieder irgendwas einspielen. Komm schon. Na, bitte. Komm schon. Bitte. Eintreif und ich bin wieder Geschichte. Und die treffen leider sehr gut. Bitte. Bitte. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche verdammt noch mal mehr Energie. Nur dann kriege ich es hin. Kreissägen, Motherfucker. Bitte. Ihr treibt mich gerade in den Wahnsinn. So. Energie. Ich hätte keine... Keine... Keine R mehr. Das ist... Wunderbar ist es. Ich könnte mich... Ich könnte mir die Haare raufen. Bitte. Mann. Ich verliere gerade... Ich verliere gerade... Ich verliere gerade die Kontrolle. Das... Das... Es tut mir alles aus den... Es... Alles... Meine ganze Planung, die geht gerade flöten. Total. So. Und ich kriege keine Energie wieder. Leute. Das ist jetzt wirklich eine sehr missliche Lage, in die ich mich da reingedritten habe. So misslich. Ich kann es gar nicht beschreiben. So. Dann gibst du mir bitte Energie. Nein. Aber wie soll man den Schüssen aus... Mann. Mann. Ich kann es vergessen. Ich kann es verdammt nochmal vergessen. Ich muss die ganze Zeit von vorne machen. Eine andere Möglichkeit gibt es in meinen Augen nicht. Ja. Ich kann... Ich kann den Sachen nicht ausweichen. Tötet mich. Los. Tötet mich. Ich muss die ganze Zeit von vorne machen. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Ich brauche... Ich brauche mindestens... Ich brauche diesen einen E-Tank, damit ich dann beim finalen Bosskampf... Damit ich dann hier bei diesem Bosskampf, meine ich... Das durchstehe. Ich sehe keine andere Möglichkeit... ... als diese. Ich glaube, dann mache ich für heute Abend auch wirklich Pause und überlege mir eine gute Strategie. So. Uiuiuiui. Hm. Jo. Und ansonsten... Jetzt kann ich einfach nur noch alles nochmal spielen. So weit... ... wie wir es kennen. Jo. Hm. Es muss beim... Besonders wie es ist sozusagen... Es ist so vorgegeben, man muss es beim ersten Versuch schaffen. Wenn man es beim ersten Versuch nicht schafft, dann hat man gelost. Dann hat man gar keine Chance mehr. So irgendwie ist es das schafft. Das ist einfach nur ein blödes... Blöde... Ein blödes Spiel. Ein blödes Spielkonzept von diesem Level. Und alles saustes. Ob... Na... Wer hält die Nerven? Es ist einer der letzten... Level. Das wirst du noch durchstehen, Christian. Und wenn du es nicht für dich tust, dann tue es für deine Zuschauer. Aber... wenigstens für die, die diese Videos... Die sich gerne diese Videos anschauen. Sind nicht so viele, ich weiß, aber... Es schauen sich welche diese Videos an. Und darum... Und das ist das... Das ist das, was zählt. Das ist das, was zählt. So... Okay... Jetzt nehme ich... Okay, jetzt wieder den Tread. So, jetzt kann es so 0815-Kommentare sein, aber im Moment... Habe ich einfach nichts zu erzählen. So... Hä? Also das sah gerade komisch aus. Ja gut. Ja gut. Ja ja. Ganz lustig seid ihr, ihr Spielentwickler. Ganz lustig seid ihr. Ja ja. Freude, Freude, Tralala. So. Okay, ich habe den E-Tank. Moment mal, bräuchte ich drei nicht? Oh mein Gott, ich bräuchte drei auch noch. Oh, Mann. Also meine Lieben, ich werde mir erstmal wirklich eine Strategie überlegen, wie ich das nun am besten mache. Ich werde mir wahrscheinlich auch andere Sachen, andere Walkthroughs und so durchschauen, um da wirklich dann was rauszufinden, was für mich am besten helfen sollte. Was mir helfen würde, zu überstehen. Weil langsam krieg ich die Krise. Also. Vielen Dank fürs Einschalten für diesen Part von Let's Play Mega Man 2. Wir sehen uns beim nächsten Part. Sagt euer 93 Shobo. I love the entertainment. Tschüss und goodbye. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.